Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man bei Windows 10 die Taskleiste hier unten durchsichtig bzw. somit auch transparent machen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Leider ist es im Moment mit den normalen Einstellungen der Zeit noch nicht möglich, weswegen wir auf eine kostenlose App zurückgreifen müssen. Hierfür einfach mal in der Suche unten Microsoft eingeben, dann kommt nämlich auch schon der Microsoft Store, das ist auch eine App. Da klicke ich jetzt einfach mal drauf und das Ganze öffnet sich auch schon bei mir im zweiten Bildschirm. Hier muss ich dann in der Suche einmal Translucent eingeben, dann sehen wir auch schon Translucent TB, da klicke ich jetzt auch einmal noch drauf. Und wenn sich das Ganze öffnet, dann müssen wir es nämlich auch noch herunterladen. Hierfür einmal noch kurz warten, bis das Ganze natürlich auch geladen hat und wir können hier rechts oben den Button installieren sehen. Das Ganze ist übrigens kostenlos, weswegen du hier auch keine Angst haben musst. Der Download ist erfolgreich abgeschlossen. Als nächstes muss ich einfach mal auf den Button starten draufklicken. Jetzt werde ich nochmal gefragt, ob ich das Programm wirklich ausführen möchte. Ich klicke natürlich auf ja und dann sehen wir erst einmal, dass im Moment überhaupt nichts passiert. Die Taskleiste ist immer noch ganz normal, wie zuvor auch. Doch wenn ich jetzt mal auf meinen Desktop gehe, dann sehen wir auch schon, dass die Taskleiste automatisch durchsichtig gemacht wurde. Rechts unten sehe ich übrigens noch das entsprechende Symbol der App. Wenn ich dieses nicht sehen möchte, einfach einen Linksklick mit der Maus drauf machen, gedrückt halten und hier rüber auf den Pfeil ziehen. Dann ist es nämlich auch schon bei meinen ausgeblendeten Symbolen drinnen. Und ich kann hier übrigens auch noch einen Rechtsklick drauf machen. Dann habe ich noch verschiedene Einstellungen. Da kann man sich einfach mal etwas spielen. Und wenn du jetzt zum Beispiel doch die Schnauze voll hast, dass das Ganze hier unten durchsichtig ist, einfach mal hier noch auf Exit draufklicken. Dann ist das Ganze jetzt nämlich auch schon wieder weggemacht. Falls du es wieder durchsichtig haben möchtest, einfach mal bei der Suche wieder nach Translution TB, also der App suchen. Hier klicke ich einfach wieder drauf und das Ganze wird automatisch wieder abgeändert. Und somit haben wir bei Windows 10 jetzt auch schon die Taskleiste durchsichtig bzw. transparent gemacht. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.